So mein hallo und herzlich willkommen zu einem nagelneuen Aufnahmesession. Eigentlich relativ gute Nachrichten. Wir arbeiten sonst sehr stark schon auf unseren Computer zu. Wollen wir mal gucken. Diese Aufnahmesession wird es nicht sein. Vielleicht nächstes oder übernächstes Aufnahmesession könnten wir einen Computer stehen haben. Hoffen wir es mal. So. Ich wollte noch was machen. Warte mal kurz. Ich muss noch ein bisschen Eisen schmelzen unbedingt. Achso. Ja, die muss ich auch neu anwerfen. Gut, aber erstmal muss ich Eisen verarbeiten oben. Ich habe gerade keins mehr wirklich auf dem Lager. Habe ich festgestellt. Oder ich habe es irgendwo reingestopft und ich weiß gar nicht wo. Keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Ich mache ja gerade welches. Gut. Und zwar. Den müssen wir auch noch machen. Dann machen wir mich auch gleich drum. Ähm. Aber zuerst. Zuerst. Zuerst will ich das hier. kümmern. 15. Oh, da gehen wir noch 4 hin. Okay. Und das Eisen gerade. Ähm. So. So. Okay. Ich brauche mehr Eisen. Da haben wir Eisen. Ist gerade am schmelzen. Da haben wir keins. Ich habe echt Eisenmangel. Furchtbar. Wo sind denn meine? Da. Hier. Mach mal. Da. So. Kann man mit leben oder? Seien es zu viel. Sieben sind gut. So. Könnte reichen. Könnte reichen. Jawohl. Gut. Und. Ich bin dadurch. Äh. Oh. Zack. Fällen jetzt. Stückchen. Aber. Ähm. 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 Ich habe ein bisschen auf Kameraarbeiten gemacht. Und auch ein bisschen, äh. Ein bisschen rumgestanden quasi. Mal mal reingucken. Ui. Da kann ich mal ein paar Sachen wegschmeißen, oder? Mal gucken. Zum Beispiel. Ähm. Davon haben wir 10.000. Crafting. Auch mal wegschmeißen. Weg, 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 weg. Genau. Ich habe ein bisschen automatisiert hier. Ähm. 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 Armsterrell-Modul. Weg damit. So, erstmal wieder ein bisschen Platz drin. Gut. Oh, die brauchen wir. Nehme ich gleich mit. Gut, 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 gut. Oh, 8 Stück davon. Perfekt. Ich baue mal jede Menge Ressourcen hier. So, und zwar... Ich habe das Ding hier mal erweitert. Ich habe mal... einfach noch 3 weitere Extraction Chambers hier hingepackt, die... am werkeln wären, wenn das Ding da oben nicht voll ist. Okay, komm, dann... Ne, die muss ich eigentlich nur ein Void-Upgrade spendieren. Da kommen wir das erste Mal... Soll ich echt das da reinpacken? Komm, pack mal da rein. Ich packe da noch ein Void-Upgrade rein. Über die müssen wir da arbeiten. Ähm, genau. Und die Dinge sind voll. Zack, 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 zack. Okay. Cool. Und hier haben wir die Shiny-Dinge drin. So. Alles klar. Cool. So. Ähm... Was habe ich noch gemacht? Ähm... Achso. Ganz wichtig. Gern mal... Was habe ich noch hier gemacht gerade? Das Eisen gleich mitnehmen. Eisen, 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 Eisen. Wunderbar. Ne, nicht gerade. Eisen, Eisen, Eisen. Ehm... Ähm... Na gut. Ähm... Und zwar... Genau. Wir haben ja hier unseren Void-Miner. Dann habe ich hier einen Void-Ressource-Miner hingestellt. Genau das gleiche von das Konzept quasi. Äh... Und dafür braucht... Eigentlich brauchen wir von dem hauptsächlich nur... nur... Maika. Hauptsächlich. Der andere Sonderzeug... Ja, okay. Vielleicht... Vielleicht brauchen wir es mal. Oder vielleicht... Äh... Ansonsten... Brauchen wir von dem eigentlich gar nichts. Äh... So... Und... Okay. Ähm... Was... Achso, da habe ich eingestellt. Hier... Filter. Hier diese... Picken. Und was immer noch da... Wenn das hier rausgepumpt wird. Hier noch ein Kreislauf. Ah... Ja. Passt schon. So... Was war das noch? Was war das noch? Ah ja unten. Unser Reaktorräumchen. 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 Hier irgendwo. Ah, ich könnte anschmeißen. Reaktorräumchen. Hier ein Eisenbauer. Und die schmeiß ich jetzt wieder an. So... Unser Reaktorräumchen. Okay, das habe ich schon gemacht. Ist gut. Äh... Ne, ne, gieß voll. Reaktorräumchen. Äh... Reaktorräumchen. Da habe ich mir hier diese Kiste hingestellt. Ich muss das quasi ein bisschen automatisch die Dinge hier austauschen. Und zwar hier geht es rein und raus. Ähm... Rein, braun, raus geht nur... Geht nur die hier. So... Und hier... Hier werden nur die hier rausgezogen. Zum Starr und da drüben. Also wenn die... Sobald die hier leer sind, werden die rausgesaugt. Was machst denn du hier überhaupt? Äh... Werden die rausgesaugt. Und die neuen vollen werden reingesetzt. Ja... Muss man nur halt nachfüllen, ne. So... Mh... Hier habe ich mal ordentliche Upgrades reingepackt. Wir haben jetzt schon über 18.000 Scrap. Trifft sich gut. Bei der wieder losläuft. Das wird eher sobald der hier mal ein bisschen, äh... Iridium Rohr gemacht hat. Kriegen wir das mal hin. Denk ich mal. Äh... Ein bisschen... Es reicht sogar fast schon. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wir werden es sehen. So. Guck mal hier. Die laufen wieder an langsam. So. Das Problem ist hier, die brauchen sobald sie heiß werden sollen, brauchen die saunwesig viel Strom. Darum kommt die Leitung nicht hinterher. Aber sobald sie denn heiß geworden sind, reicht das Dicke. Jetzt der hier schon heiß, ist fertig. Jetzt geht der hier so ganz langsam und dann... Es läuft, ist alles gut. Darum taucht es eigentlich immer ein bisschen aus, wenn das Dicke noch heiß ist. Aber manchmal vergisst man das. Na gut. Achso. Ähm... Schlacke wegräumen. Und Stahl wegräumen. So. Wir sind ja nah am Computer hoffentlich. So. Okay. Ähm... Noch was habe ich vorbereitet? Ich habe schlafen. Es ist gerade wieder Nacht geworden. Die Spinnen greifen schon. Gut. Auf jeden Fall. Was habe ich vorbereitet? Noch hier. Schaut her. Hier den habe ich vorbereitet. Unser Atomicalculator. Ich habe das Ding hier gecraftet. Das ist... Crafting aber total. Hier. Iridiumblatten. Boah. Wir haben jetzt jede Menge inzwischen. Äh... Ja. Das... Ist nur gecraftet. Ne? Das habe ich euch erspart. Gut. Da. Wir haben H8 erreicht. H8. Atomzeit, Alter. Gut. Trophäen. Hab schon frei gemacht. Hihihi. Zack. Jawoll. Trophäenraum. Äh... Trophäenraum. Vielleicht. Weiß nicht. Sollen wir? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Brauchst du Strom? Brauchst du Säft? Nö. Scheinbar nicht. Cool. Äh... Gut. Gut. Dann... Dann brauche ich jetzt den Calculator. Und ich brauche... Äh... Warte mal. Äh... Den habe ich auch schon vorgecraftet für irgendwas, was ich machen wollte. Und... Power Cube brauchen auf jeden Fall noch eins. Oder? Ja, ich glaube schon. Ähm... Äh... Mit dem Science jetzt. Äh... Äh... Das. Das und das. Die hier. No Energy Moduls brauchen wir noch. Power Cube. Okay. Power Cube heißt. Zwei davon. Ein Block. Ein Block. Ein Block. Und... Koppel. 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 So. Zack. Boom. Zwei Power Cube. Sehr schön. Sehr schön. Dann... Äh... Musst du wieder weg. Äh... Ich will den grad mal... Kontakt... Den da will ich schon mal grafen. Ne, kann ich noch gar nicht grafen, oder? Energy Moduls. Fire Diamant. Doch den kann man grafen. Davon habe ich zwar welche, aber ich nehme glaube ich jetzt nochmal... Weil ich nicht nur Blaze Rott. Also... Ich muss mal auf Kamera jagen gehen. Also... Wollen wir mal einen Spawner aufbauen? Ich weiß nicht. Äh... Hier. Du... 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 Ein Fire Diamond. Alles klar. So... Energy Moduls. Seins. Immer noch. Ähm... Das heißt... Du... Du... Energy Modul. Dann kommst du... Und du... Und du... Und du... Jawohl. Kontakten... Masken... Ja... Fett... 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 Okay... Draußen hinstellen... D χwein... auf...